hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video tatsächlich bei mir jacobus ich hoffe ich habe das intro eingebaut weil ich behaupte es die letzten sache immer vergessen wenn wir den letzten videos um vergessen und jetzt geht es um secrets im bräuchster 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 die einfach neu mit dem update dazugekommen sind also was ihr alle wissen sollte das logo hat sich natürlich verändert das ist klar also da ist nichts besonders schlimmes dann tatsächlich sich hieran hat sich nicht viel verändert da tatsächlich hätte ich finde ich meiner meinung macht das ist unnötig sehr unnötig fand ich das jetzt meiner meinung nach aber okay jetzt auch viel verändert und wir sehen uns nämlich leute wenn ihr jetzt am weg zockt damals waren es immer nur warte mal ich kann es vielleicht immer zu können diese schüsse hier war der die da aber jetzt das sind tatsächlich die hier und dementsprechend machen sie auch wirklich viel mehr schaden also ich habe jetzt auch ein bisschen mit merke zockt habe sie fast rang 10 jetzt bekommen von rang 6 auf rang 10 und ja ja und jetzt zu einer meiner offiziellen lieblingssachen mit lilly sie hat tatsächlich ihre zwei schüsse bekommen also sie hatte davor ja praktisch nur einen und jetzt hat sie zwei es sind auch oft zwei sie machen 2400 schaden immer noch das ist es wahrscheinlich eine der europäischen brawler ja und ja ich würde sagen das war es auch das war zwar nur ein kleines video aber schau